So, wir sind jetzt hier bei ITP Carlyle und der Stefan Pahnke, Verkaufsleiter für Deutschland, erklärt uns jetzt, was es hier Neues gibt. Ja, hallo, ich bin Stefan Pahnke, wie immer schon sagte. Wir haben ganz neu im Sortiment die Tsunami-Felge. Ihr seht die Tsunami-Felge hier montiert mit einem Blackwater Evolution Reifen. Und das Neue, was wir da haben, ist unter anderem, dass der Blackwater Reifen jetzt auch homologiert ist für Europa. Also er hat die besagte E-Markierung. Und an der Felge können wir sehen, hier haben wir jetzt einen simulierten Beatlock und die gleiche Felge gibt es auch mit dem richtigen Beatlock. Also es gibt beide Versionen verfügbar in 14 und 15 Zoll. Also wir brauchen sie. Also wir brauchen sie wieder mal mit. Ich versuche wunderschön. Beifall bei Hollis messen K 토ふ Untertitelung des ZDF, 2020